Guten Abend. Guten Abend. Willkommen zurück bei The Outer Worlds. Wir müssten jetzt, wenn ich richtig aufgepasst habe, bei Episode 4 sein. Und ich behaupte, unser Ziel am Ende des letzten Streams war mit Pavati zu sprechen und sie in die Bar zu bringen. Sie wollte unbedingt was trinken. Das war das, woran ich mich erinnern kann. Jetzt mal schauen. Das müsste... Das müsste unser Ziel sein. Pavati abfallen. Sein edles ist. Wir haben das letzte Mal mit ihr gesprochen und sie hat über... über ihren Kontakt mit... Wie heißt sie? Jun... Junlei? Mit uns gesprochen? Oh. Tach... Tscherno. Welcome aboard, Captain. Welcome aboard. Äh... Hey Kraken. Greetings. Let's see. Guten Abend, Derebus. Region... Page 2... Also ich... Dachte, wir wären... Wären hier... Hätten uns mit ihr unterhalten. Hey, Captain. Can I get your temperature on something real quick? Hatten wir... Hey, Natsuki. Hatten wir die Konversation halt schon? Alle hopp. Dann halt... Nochmal. So, Junlei and I have been talking some. Through messages. I got them here on my datapad. And well... She sent me a poem. One she wrote her own self, I'm pretty sure. I don't know if I should read into it. Because poems are all symbolic and such, right? It's... It's... Not so good. But real sweet. Oh, Law. That's what's got me spooked. I don't... Rightly know. It's about this engine that's been... Shaking itself apart. Then this lady mechanic comes by and... Lays one hand on it. And the trouble goes away. It sings. I don't want to get too hopeful, but... I'm wondering if... Maybe she's the engine and... I'm the lady? It's a real romantic poem. It made my chest hurt kinda. I don't know where you're reading yet, or if I'm misinterpreted. I'm... I'm... Not much interested in... Physical... Stuff. Never have been. Least way is not like other folks seem to be. It's not that I can't. I just... Don't care for it. It's been a problem in the past. The folk who wanted to be with me back in the Vale, they didn't... They said I was cold. Hmm... 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 Didn't work up the courage to open it. But I'm gonna change that. Right now. Okay. Here we go. Let's see here. Talking about old friends... Got to thinking... Isabel? Who's... Who's Isabel? They were... Close, Captain. Like... More than friends close. I don't know. June and I talked about them like it was past, but... How far in the past? Ten years? Last week? Captain, I'm feeling all mixed up right now. Could we... Maybe head to the Groundbreaker? Get some drinks at that bar there? The Lost Hope? Great idea. Drinking solves everything. Come on, Captain. This is no time to be fooling on me. I'm full serious. Next time we're on the Groundbreaker, I aim to get a drink. If I go to, I'll do it on my lonesome. But I'd feel better if someone I trusted was there. Thanks for the cheers, Kraken. Don't know how I deserve them, but I appreciate them. And you're just basically in time to see us go and drink with Parvati. But who will we take along? We can take... He's not ready yet. Day drinking. Day drinking. We could take the Vicar. But I don't know. About that. He's dumb enough. Even if he's sober. So I think we take her. Something on your mind? Okay. Yeah. Yeah. I think we'll take her along. Day drinking. Yeah, that's exactly the people I wanted to bring to some drinking. I'm pretty sure. Good. Es gibt Leute, die sehen das als Probleme an, wenn nicht viel passiert. I'm pretty sure. I'm pretty sure. I heard from the last's down on 22 that you did a contract for sublight. Only one in a legit hall. Ya ya. Sicher mal speichern. Ja, safe. Since we can't sit, we'll stand stupid around the entrance. What are we drinking, folks? Oh, and don't worry on the price. I got this. Let's just do it proper. Let's drink. Also, I'm for beer. Or, first of all, the perception answer, the fear. Stream ain't running too great. But, I guess, good enough, is it? We'll get to the whiskey, Kraken. Think of it like a fizzy tea that's gone a little off. Ah, this tastes like the underside of a boot. People drink that for fun? Oh, Captain. I'm pining for doing my something fierce. What am I doing? Whining, it sounds like. Generally, how specifically... Definitely, definitely, definitely specifically. Oh, oh, why did I drink that? I mean, just... With Jun, I... I don't know what to do about... Us. Well, she talked about another girl, right? Isabelle. Mentioned her by name and everything. Like, she wanted me to know. Maybe I've been making a right fool of myself this whole time. Maybe she's not interested after all. Exactly. Takes a lot of trust to hand over that kind of blackmail material. I don't know. I'd call it, uh... Sensual. That's... A lot. It's romance, you know, great stuff. Yeah, I want to know. It was real long and rambly. She was telling me a story about her dad. How a lady named Isabelle did all sorts of things to try to win his favor. This Isabelle lady never quite managed to get her dad's approval, but they carried on anyways. Made something good out of her bad situation. Then it all went down the tubes. Do you think Jun Lai still has feelings for her? I just got a lot of feelings, Captain, and they're all climbing up my throat. I need another drink. Right now. Before I lose my nerve. Whiskey. Law, no. That beer tasted like how Dad's in its socks smelled. Maybe something sweet and mild, like wine? No, whiskey. Yeah, let's try the whiskey. All right, whiskey. Woo, that smells like an unlawful union between paint thinner and propellant. Here we go. Oh. Law, I'm gonna be sick. That, that's a crime is what that is. Oh, Captain. I want to talk to Jun Lai all the time. Even about silly things, but... I'm so scared. What about me? Um, everything? I got a solar system's worth of terrifying questions swirling around my head. Does she think I'm as pretty as I think she's handsome? What if she doesn't like me? What if she does? What if she's still got feelings for that lady, Isabel? What if we, we get together and... She gets bored of me? Don't stop there. You're on the roll. Don't you tease me in my moment of weakness. You know I'm not interested in physical affection. That's... Well, it's tripped folks up in the past. Folks I thought cared about me for me. What if she's not okay with that? What if she is, but then later, she's not? What do you mean, Captain? Captain. Sounded more profound in my head. So if I'm doing my very best to be kind and open-hearted, I shouldn't worry how she thinks of me? Gosh, I don't know that I got that in me. Sometimes I feel real mean inside, Captain. I think... ungenerous thoughts. Yeah. I like the way you put that. Like, it's okay to want to be better for her, but not impossible to try. Well, Captain, this has been... This has been a whole lot. I got just... Wow. So much to think about. What does the booze tell you? That's a good question. We didn't nearly drink enough, did we? You're good people, Captain. This was fun. We should do it again after you send that message. Oh, all right. Thank you, guys. You're real good friends, you know that? I wish... I wish there was a place we could all live quiet together. Come on, let's go. Ah, more drinking. Groundbreakers safe from melting the bits now. Lots of good people can rest easy, Captain. He seems like a nice boy to me. I'm glad you gave him a shout. He did seem very bright. Seems like a risk. Yeah, but... I've got a good feeling about him, is all. I mean, sure. He's a bit rough around the edges. I bet he just needs somebody to show him a better path. See, you think I'm the right sort to put it... Yeah. Ah, so he's saying I could scalp him into an ideal minion. That's not exactly what I'm saying. Ah. Ah. Oh, everything's a little spinny. Are they supposed to be spinny? Maybe I should sit. Now, where's that floor gone? Come here, you... You rascal. Oh, dodging ain't fair. That's on account of how I've never met her. Ah, I should have hoped on Drunken Lines or something. I don't rightly know. She was in another division of the Spacers Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. The contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. Well, I don't know about normal. Dad said she worked under some kind of special contract. Special contract. Dad just fixed machines. She did some kind of crazy math high-level stuff. Better to raise me on his time than hers. Hast du eigentlich was zu erzählen? Something on your mind? I'm a surgeon by training and a pirate by inclination. Not much else to know, Captain. I like long walks on the promenade and the smell of Spacers Corona. I make a mean zero-g cocktail and I've got a meaner right hook. It's a mix of whatever you've got on hand. Usually zero-g brew with some Spectrum Vodka if you're lucky. Purple Berry Shake if you're not. Exactly. That's what makes them fun. I'll make you one sometime. If you don't enjoy it, I'll make a few more until you do. Go ahead. Sure do. Some of it was even legal. There's a lot of business that goes through the Groundbreaker. Some of it's board-authorized freight hauling and some of it's not. I've done all types of work with all kinds of crews. If there's one thing you ought to know about me, it's that I won't tell you your business. Your ship, your way. Some of it's even legal. Okay. Well, my blood type is AB positive. I'm a Leo and I despise Space Hospital. Never mind what anyone else tries to tell you. That about covers it. Oh, come on. That stuff's boring. Look, the thing I've learned about living in close quarters is that you've got to give people room to breathe. I'm all for making a few bits together and having fun doing it. But let's keep a little professional distance. Okay. No complaints here. Huh. Hmm. Yo. Well, well, Dr. Fenhill. It's not often I see you on this side of sickbay. I make it a point not to get shot. And when I do, I can usually take care of the mess myself. It'd be nice to have you in here patching people up, not just blowing them apart. I respect what you're doing here, but you know I'm not ready to settle down. It's not you. It's me. Have it your way, then. You always do. Now, about your friend here. Can't say I've seen you before. I take it you're a freighter, Captain? If you're here to better yourself, you'll have to wait. We're having a spot of trouble with our delivery service. He must be referring to Eryon. I'm sure the fool's gotten himself into another scrape. I'm beginning to wonder if I'm ever going to get my service mechanicals at this rate. Our delivery man. I know shit. A brave idiot with a penchant for getting himself delayed. Sometimes by dates, usually by bandits. Easy on the eyes, soft in the skull. A real danger to the gene pool. A real danger to the gene pool. But that's neither here nor there. I'd be grateful if you'd spare the time. We need his delivery soon as yesterday. Last, he told me he was taking a shortcut by Scylla. An asteroid in the Charybdis cluster. That's where I'd start. Where I, the adventuring type. You look out, though. Uh-huh. Yeah, yeah. I'll look out. Uh-huh. Was war das andere noch raus? Die kann doch da... Ich glaube, ich eh noch keinen Auftrag annehmen, oder? Borswurst. Welcome to Sublight Salvage and Shipping. A legitimate business for legitimate consumers. You the one flying the unreliable? Money. We got it. The Steve doors want it. I'll take that as a yes. Miss Lily has been expecting you. I'll unlock the door. Hey, Doc Fenhill. Glad to see you ain't moved on from Groundbreaker yet. Hey, Tobias. How's the leg? Good as you left it, ma'am. Still bends and everything. A bullet went through it, most of the way. The other guy thought his ship was perfectly operational. I told him it was salvage. We disagreed. I won. Workplace hazards, Captain. Pretty routine around here. Sure am. A few years back, they got me started on simple acquisitions. You know those latches they put on cargo bays ain't worth a damn? These days, I stick to HQ and look after Miss Lily. Yo, Miss Lily. So you're the new captain in town. I was hoping you'd make your way to my office. Saves me the work of hunting you down. Lilia Hagen. CEO and executive director of aggressive operations. I'm guessing you already know about Sublight. Otherwise, you wouldn't have come. Aggressive operations. Not a word. Pity. My guy in marketing is about to lose his other thumb. It's nice to see the unreliable again. Useful ship. Hawthorne was my contractor. I'd recognize that leaky boat of his anywhere. I didn't kill him. Is Ada still at the helm? I don't know how many times I told Hawthorne to restore that smartass to factory settings. I have a salvage job for someone light on corporate ties with a reliable set of wings. But there's a catch. Wouldn't be much fun without one. If you have a nowtkey to Stellar Bay, the job's yours. Interested? First, an embargo that's been active ever since the board pulled its forces off world. Few regulations, plenty of freedom. And second, all the goodies that no one had time to pack. I like that initiative. But ease back on the throttle. Gladys at the rest and go might have what you need. If there's anything else, be quick about it. Time is bits. These days, the scrap business all but runs itself. Gives me the time to expand our interests into other sectors where I can let my hair down. Our field is persuasive acquisitions. At least, that's how my legal advisors tell me to phrase it. Not all of our salvage is abandoned when we find it. Sometimes it takes a polite conversation and a shot across the bow. You know, legal formalities. Legal formalities. Your words, not mine. Me seeing you. Come. Can I just get to laugh? Da wollen wir hin. Mal ein paar Sachen erschießen, oder? Mit Zeit. B&P Borson baked beans. When you need to eat and run, Borson baked beans is the only one. The toss ball scores from the corners. What about the real one? Rizzo special. Wir hätten die wahrscheinlich erschießen können. Aber ich glaube nicht, dass ich die Sublight-Faction als Feinde haben mag. Man kann so ziemlich jeden erschießen, wenn ich das richtig weggekriegt habe. Aber man macht es sich unheimlich schwer dadurch. Oder unnötig schwer. Huh. Entschuldigung. Good. You're back. Not that I missed you. I assure you, I am not capable of such emotional capacity. Mm-hmm. Mm-hmm. Nice clip. Welcome back, Captain. How can I be of assistance? The unit is a cleaning, Sam. Hawthorne brought it on board some cycles ago, I'm sure with the intent to modify it. But I've never seen it up and running. Alex likely recorded progress notes detailing his efforts to modify Sam. If you check the terminal in your captain's quarters, we may be able to determine what work remains in order for Sam to properly operate. Yes, Captain. Beginning playback now. There's... There's viscera and death. Everywhere. Gunfire, gnashing teeth. The unemployed. The unemployed. If anyone's receiving this, please send help. What? No. No, no, no. Captain, we are now capable of accessing the Roseway landing pad. Also, corporate protocol requires that all distress signals include a list of key personnel for retrieval. The embedded names are Anton Crane, Vaughn Cortez, and Orson Shaw. Conversation from before? Forgive me, Captain. We have learned to deftly calculate navigation vectors through asteroid fields while also operating our ship's toasters. Alex also taught me the concept of a personality. He was quite delighted when I crafted one in order to better engage with him. It was basic in the beginning. The information in my memory banks says I am an autonomous digital astrogator, created by, redacted, on the date of, redacted, for the express purpose of, redacted. I have not yet decided if I should attempt to uncover the missing information regarding my birth. I asked once. Alex did not build me and would not say who did. Okay. Äh... Star two... Ja, gehen wir da hin. Obwohl wir auch zu dem Blüde gehen können. Er... Ja. Can we talk? Nope. We can't. This Roseway business smells. Something tells me things didn't end well for the guy who made the distress call. And whoever or whatever got him will be waiting for us. Oh, this is okay. Just a little caution. Could be a reason no one's picked up this job yet. Ah, ich mag das Team. Ich muss, glaube ich, mal Equipment mir und meinen, meinen Companions-Character-Skills, 15 Punkte noch über, okay. Ach, shit. So, Ellie, was hat die? Die Pistole ist okay. Das Outfit ist cool, aber zwölf Armor ist halt nicht besonders viel. Ich habe jetzt auch nicht so viel bessere Sachen dabei, ne? Ja, passt wohl. Was hab ich eigentlich? Ich habe keine Sicherheit. Nicht, dass ich schläge. Nichts gescheites. Heavy machine gun. Viel Spaß. Am Dienstag werde ich das tatsächlich auch streamen. Ich habe viel Spaß mit Fallen Order. Hau rein. Ich kann da nicht durch, das ist schade. Boom! Sehr schön. Das war's. 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 Okay, das hat. Das war's. 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 Und... Das war's. Das war's. Das war's. ... 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 Look at all them chickens! Das weiß ich nicht. Hab ich noch nicht gesehen. Aber das heißt nicht, dass es das nicht gibt. Ist das der Comp-Center? Ne, das ist Luxury Apartments. Wo ist denn der Comp-Center? Sprechen wir auch mal mit. Ah, da. Okay. Da, wo der Pfeil hin zeigt! Huh. Keine Winding Machine. Schade. Heyo. Wenn du mein Leben kommst, dann geht's weiter. Oh, nicht eigentlich einer von ihnen, oder? Was? Oh, was? Ich würde mich nicht entschuldigen. Ich würde mich nicht entschuldigen. Ich würde mich nicht entschuldigen. Alles ist unter Kontrolle jetzt, aber. Ich bin nicht auf die Möglichkeit, zu diskutieren die Natur der Arbeit ich hier mache. Ich sage, dass es wichtig ist, für mich, für mich, für die Kolonien, ist nichtmechanbar. Oh! Ja, ja. Ja, ja. Dental Gel. Dental Gel. агde . Wie ist es? Einer? Ja, aber nicht zu Die Mutter, wenn es내 ist. Wir müssen sie ihr trömmen. Ich glaube, es gibt Gas in der Läbe, zu können sie weg. Die Doktor sind in der Leib in meinem Cerf. Ihr braucht meine Kode und die Karte. Die Schauspielerin ist in der Seite der Höhle. Du kannst es nicht missen, wenn du nur die Straße folgst. Du kannst durch die Stadt original... ... von der großen Architekten. Jameson, er ist in der alten Schauspielerin. Mein Protégier. Ich schaue... Du denkst nicht, dass er mich aufhört. Er war meine Verantwortung. Alle von ihnen waren, sind, egal ob ihre Gedanken auf der Sache. Wenn er sterben... So, ich brauche eine Bendingmaschine. Da ist eine Bar. Sieht immer aus, als würden dir die Augen welche aus dem Kopf fallen. Ich sagte dir, du bleibst auf dem Kopf. Oh Gott. Ich glaube nicht, ich bin bereit für einen anderen Bar-Crawler, Captain. Ich denke, dass die Bedenken mit dem High-Kaliber-Kinetics ist. Wenn wir die Bedenken öffnen... Ich glaube nicht, dass du umgekehrt bist. Die Sicherheit wird dir sagen, dass du Träger machen kannst. Ich glaube nicht, dass du dich vorst, bevor du gehen kannst. Ich glaube nicht, dass du dich vorst, bevor du gehen kannst. Was für die Straße vielleicht? Ich glaube nicht. Roseway suppos... Dann... Annie Cleo macht die besten Pharmaceuticals in Halcyon. Mhm. Oh, ein Discount. Immerhin. So. So. Genau. Ich kann alles weg. Okay. Claw Rake. Ja. Also meine weiße 1. Macängta... ivan... Das ist so keine éléments. Uhm, die sind dafür innocent. Das war's für heute. So, jetzt sind wir auch nicht mehr so schwer überladen. Munition kann man immer gebrauchen. Wir verabschieden die Importance des 8. Back. Blankenship? Sie ist okay. Aber Lunsford hat die höchste Rate von Fußball. So, da ihr Ladies jetzt drin seid, kann ich hinter uns die Tür zumachen und klauen. Wo es so viel gar nicht gibt hier. Ah. Ah. Hier sieht uns eigentlich keiner. Verschachern wir's direkt? Ach. Den Scheiß hier hab ich übersehen. Gleich alles zu Bits machen. Das ist cool, dass uns hier nirgendwo einer sieht. Kann ich gut finden. Oh, da schläft ja irgendwo jemand, den ich nicht gesehen habe. Da war doch, das war doch jetzt Zahnpasta. Obwohl, sie haben ja Zahnpasta. Also es sind ja nur Diätenpasta, die sie entwickeln. Also es sind ja nur Diätsahnpasta, die sie entwickeln. Ich bin Vaughn. Vaughn Cortez. Uh, Dr. Vaughn Cortez. Aber Vaughn ist okay, wirklich. Sure. I guess. I'm not supposed to talk to... I mean, why do you ask? As little as possible. I mean, yeah. I'm Staff. Endochronologist. We've been studying a load of raptadons hauled in from Monarch. Ask Dr. Crane. All I know is my bit. Analyzing the raptadon equivalent of Hormone. Yeah? Anyone in particular? Mostly they're leptin analogs. Raptadons have four different varieties. Concentrations vary based on the season. Leptin's the hormone that tells humans they're not hungry. I can't see much sense in that line of research. I don't know why they're interested in it. Dr. Crane probably does. It was like that when we got here. I heard it had been shut down for years. But the toilet's flush and the roof doesn't leak. Much. Much. Hell if I know. There were a bunch of folks with guns and a lady yelling about wanting jobs or something. Next thing I knew, the raptadons were loose. We've been cooped up in here... I don't know. Hours? Too long. I have to get back... To work. What? Uh... I mean... We're surrounded by hungry raptadons. Who wouldn't be? Am I right? Look, I don't want to go back out there, but there's a thing I gotta do. I had to leave an experiment running at the lab. Something I've been working on a long while. Something that could really get me ahead. You know what I mean? You know what I mean? I've been extracting organic compounds from raptadons. Compounds that have... Benefits. Extracting how? No, wait. Maybe I don't want to know. In certain social situations. Personal situations. Where you might want to, um, enhance your charisma. Oh, for... He's making enraptured, Captain. An aphrodisiac. Wrapped musk is the main ingredient. What? No! I mean... Yes, I'm getting the musk. With Monarch Embargo, the price is sky-high. But I'm not making the drug. The results are outside the margin of error. Technically. Sure. Of course. Our lab's south of here, down the road. Not the old public lab. The one past that, built into the mountainside. The newer lab is built for, um, more sensitive work. We mostly use the old lab for storage these days. Uh, no. But there are outlaws shooting it up. I'm guessing it hasn't been secret for a while. My equipment's in the lower levels. Way in the back. I have a big room all to myself. Dissection tables and whatnot. It should have been running this whole time. Just grab the results and bring them here. If you have a buyer. I got a contact who wants to haul the entire batch to Byzantium. To help me out, I'll cut you in for a share. I'll even pay you before I am. When you deliver to me. No. No. I mean... Nope. In fact, don't mention this to Dr. Crane. At all. Great! This is really gonna save my ass. Ah, let's see. Let's see. So. Hoping to score some free samples? Well. If I had to look at those yellow walls all day, I'd make a point to sleep on the roof. True. Yeah. Wahrscheinlich. Ich muss ja... Ein... Eine interessante Information. Oder ein... Business Secret An... Ich weiß gar nicht mehr an wen es war. An Sublight oder die anderen. An die... An irgendeinen der Auftraggeber muss ich eh... was von Roseway mitbringen. Und dann ist das wahrscheinlich... Ist wahrscheinlich das An-Aphrotisier, komm. Entweder das oder die Zahnpasta. Ich bin mir da nicht sicher. Was ich als Business Model für mich selbst behalten mag. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Ich hätte doch vielleicht eine elektrische Waffe aufheben sollen für die ganzen Scheißroboter. Aber okay. Oh, cool. Gehen wir oben lang Die Höhle habe ich tatsächlich mit meinem anderen Charakter nicht gefunden. Ach, die machen sich irgendwelche unrealistischen Hoffnungen. Die sollen halt erstmal abwarten. Ja, aber die Höhle ist ja auch für den Po. Ich finde die Idee gut, aber es ist A, so lange hin und B, so unklar was es ist. Dieses Jubeln und so. Ich glaube, die Leute denken einfach, es geht genau da weiter, wo es aufgehört hat, was halt einfach Bullshit ist. Ja, die haben garantiert mehr als ein Logo, aber mehr können sie halt nur nicht zeigen. Und das ist gut so. Weil ich habe noch Armeen auf eckigen Bases. Ich bin der Letzte, der sich beschwert, wenn ich die auch noch mit einem neuen Regelwerk spielen kann, was durch Age of Sigma gelernt hat. So, boah, mal Fantasy Battles mit Regimenten, aber den ganzen coolen Mechaniken aus den neuen Spielen. Ey, fuck ja. Du weißt, dass ich für Massenschlachten zu gebrauchen bin, so ist es ja nicht. Und das als Legacy-Game, meinetwegen. Ach, ich sollte vielleicht doch einfach mal den Helm wechseln. Sieht schon ziemlich dope so aus. Ähm... Was macht ihr da hinten? Huh? 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 Here we go! Down they go! Down they go! Huh? 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 Was machen wir mit dem Kleider? Ich glaube, die Pimpe nicht. Huh? Huh? Ja, ich meine, zur Not, wenn es wirklich wieder Regimentbasen gibt, dann kann man die ja da auf eine Regimentbase stellen. Ist ja dann okay. Ist ja machbar. Wenn ich meine Dunkelelfen und mein Imperium weiter oder wieder oder was auch immer nennen kann, ja, okay. Der liegt noch. We're not doing this. Come on. Okay. Oh Ja prinzipiell ist es eine coole Sache Mal schauen was es dann wirklich kann Wenn es in drei Jahren soweit ist Secret lab The real covert labs Don't gotta advertise it Yeah super geheim Super secret Mysterious doors are the funnest sorts of doors After you Mysterious doors are the most fun doors Reminds me of my first cabin on the groundbreaker Four roommates, one bathroom Tactical shotgun So 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 Yep. You were forced to buy the game? How so? It is a good game. You will enjoy it. 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 It is entertaining. It is a good game. Here we go. I surrender. Fuck you, pal. Are we talking about the game still? Or... What? I could use a workbench. You got some lip for someone being locked away. I suppose it does not matter. Either Crane sent you or you are some scavenger come to rob me in my moment of weakness. Let's make a deal. I'd like to go on living. You'd probably like to make some money. Help me get out of here and I will pay you for your trouble. You mean other than satisfaction of doing me a good turn? Trust me. I'll make it worth your while. I am good for you. I am good for my word. I am good for my word. You will be equitably rewarded on my honor. But I will not haggle or bargain with you until you help me. Okay. Same reason you are, more than likely. No, but it is a secret. Well hidden. Off the map. Granted... Diet toothpaste. Can you imagine a more pernicious example of corporate materialism? I do not know what is worse. Working here. What matters is that I have been lied to. This job was not... You mean other than... Yeah, good. The first thing I need is a key card to unlock my door. Then I'd need you to clear me a path out of here. There are two ways out. The quickest is through the front door. But Clio security is bottled up in there. If you don't want to shoot them, I suppose you could talk to them. The other way out is through the loading bay. Talk to them. But you'd have to clear out the raps for me. Then I could just slip out the back, sight unseen. So you lied about not knowing Crane. I suppose I do not blame you. Maybe so. We liberated that research. We did not steal it. Liberated the research. Semantics. If I were consigned to spending my days making... It is my one bargaining chip. If you want this research, you will help me out of this... Okay. Because Crane is a tool. Because no good deed goes unrewarded. Because doing me a good turn is the honorable and decent thing. Take your pick. Crane is being used by Auntie Clio. And now he is trying to use you. So what does that make you? The one person getting you out of this shithole. Fair. You might be... Nothing. You really expect me to just let them pass. Why? So they can re... Never... Take your time. Let's kill people. Let's kill people. Die, mother... Fucker. Ey, Jotto. Grüß dich. Long time no see. Ich hoffe, es ist alles gut bei dir. Tote Menschen. Tote Raptoren. Ja, soweit. Man... Kann mich nicht beschweren. Was eine sehr deutsche Aussage ist. Ich weiß. Ich weiß. Plasma Launcher. Hm. Also... So much... Stuff to steal. Vielen Dank für dein Abo. Vielen, vielen Dank, Tietchan. Ich weiß es zu schätzen. Ich weiß nicht über dich, aber das macht mich nur noch mehr in die Seite. Sie können uns nicht weghalten. Geld. Mehr Geld? Nein. Nein. Eine Flasche Wein neben dem Schreibtisch auf dem Boden, das sagt schon alles über die Arbeit aus, ne? Oh, Mark 2 Rifle, jawoll. Sehr gut. Boah, wenn ihr auf der Arbeit trinken könnt. Okay, Spaceless Choice found a flaw in you. Plasma Weakness. Get burned too many times has made you suspicious. Susceptical to Plasma Damage. Plasma Effect received plus 25. No, reject. Danke. So ein paar dieser kleinen Quarks, die man haben kann, sind schon cool. Aber, ne. Ich hab keinen Bock, einen Perkpunkt zu bekommen und dann mehr Schaden zu bekommen. 25% ist halt auch nicht unbedingt so poplig, wenn es jetzt 5 wären oder meinetwegen 10. Danke, dass du dich so in den Weg gestellt hast. Oh, da bin ich mal gespannt, was die zu sagen haben. Hallo? Hallo? So, everything? Du musst denkst mich ein fool. Ich war auf die Sicherheitskameras. Du bist auf die Sicherheitskampagne mit dem Schaden. Ich denke, wir haben nichts zu sagen. Du best backst dich aus hier. Nice und langsam. Das ist dein Problem. Problem. I ain't seeing a compelling reason to not blow your head off. Tell your friends there's just two ways out of here. A cell or a box. ... 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 Sehen Sie, das ist witzig. Das ist witzig. Waren wir da hinten schon? Ja, ne? So, dann gehen wir rum. Ah nein, waren wir nur nicht. Seditiv. Ja. Das kann ich gebrauchen. So, ich mache diese Bunkeranlage hier, das Secret Lab mache ich noch fertig, dann komme ich für heute auch zum Ende. Und dann überlege ich mir, ob ich ein bisschen Star Wars spiele oder Death Stranding, das weiß ich nicht. Mal schauen. Oh, weil es ein On Cleo Automat ist. Ne, war es der falsche Automat, das ist alles. Ne, war es der falsche Automat. Das könnte ich als Sub-Nachricht machen. Das Sample. Hallo. Mit dir rede ich erstmal nicht mehr. Sooo, done. Jetzt wird's tricky. Ich kann einen Hinweis nehmen. Scheiße, jetzt zockt da das Vieh vorne dran. Ich habe aber nur einen Gaskanister, das bringt mir gar nichts. Ich brauche alle drei. Okay. Ich verpisse mich lieber. Ich habe erst einen der Gaskanister aufgehoben. Ich sollte hier nur nicht rumwimmeln. Da ist nochmal einer. Sehr schön. Danke, danke, danke. Plasma-Sensor ist echt effektiv. Ich glaube, ich sollte mehr auf Handguns gehen, von meiner Skillung her. Macht Spaß. Es ist schon schön, dass sie dem Personal die Beine abnagen. Oh, das ist mir da hier. Ach, fahren wir mal runter. Ich habe gedacht, ich sehe das nicht fast fett. Ah, nee. Oh, okay. Never mind. Ach, ja, okay. Okay. Jetzt sind wir hier. Okay. Alles cool. Dann weiß ich, was wir wollen. Ich habe heute mal wieder, weil es Sonntag ist, mal wieder so ein paar Frame-Drops. Aber es ist längst nicht so schlimm, wie es schon war. Ich hoffe, das ist akzeptabel von der Übertragung. Aber es ist halt interessant, dass sonntags ich immer die schlechteste Verbindung habe. Es ist nicht überraschend. Es ist eher traurig sogar. Dass es Unity Media nicht gebacken kriegt. Konstante Leistung zu erbringen. So, dann müsste ich hier aber eigentlich fast alles haben. Aber wir kamen von da. Wir sind hier, sind wir noch nicht lang gelaufen. Das ist das Einzige, warum wir noch nicht waren. Gas. Jetzt haben wir auch drei Gaskanister. Sehr gut. Können wir nämlich versuchen, das ganze Klärwert zu machen. Ja, es ist ganz okay. Ich hatte bis vor einer Stunde, wenn ich mir das sage, meine Software danach hat es sich eingependelt. Aber es ist halt einfach nervig. Weil das was ist, was ich halt nicht beeinflussen kann. Und halt alle ausbaden müssen. Und es dann halt auch kein gutes Bild abgibt, wenn es hier stottert. Gold Armor. Gold Armor. Gut, dann sind wir jetzt fast durch. Sir George. Okay. Das ist fiesig, wer pissen könnte, wäre ich gut. Hier, weil das ist die Mama? Die wollen wir eigentlich... Ohohohoho. Schau dir, wie groß sie ist. Wow. Wir gehen nicht weg, sind wir? Das ist fast so tricky, wie sich um BTs rumschleichen. Aber... Aber... Das ist okay, wir haben jetzt die Hälfte. Jetzt warten wir hier draußen kurz. Zwischenspeichern. Ihr macht ja hoffentlich keinen Scheiß ohne meinen... Mein Befehl. Muss ich nur in diesen Terminal kommen? Mehr oder weniger ungesehen. Ich kann auch alle umbringen, nur die Mama halt. Nein, das wäre optimal. Sehr kurz. So, gut. Das lief jetzt recht angenehm. Der hat viel Waffen dabei gehabt, das hat ihm auch nichts gebracht. Das müssen wir die nur bequatschen. Endlich. Endlich, Alter. Ja. 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 your point is well taken i would rather not spend the rest of my days looking over my shoulder for the shadow of my head hunter here take the damned research tell crane i hope he chokes on it good i never trust a freelancer who works for free orphans is that what you're calling yourself now here let it never be said that i do not reward good work so perfect that's how we're fast all glücklich gemacht vor allen dingen mich was das wichtigste ist hey there you the lady cas called about i was left out here as a picket name's lillian hope you're having a better time than us i've had better lost some things in a dust up but i didn't get eaten like some of our crew got that going for me my damn cigarettes for one thing i was near the raptadon pen when they got loose had to set a few to rights when i got to checking if all my parts were still attached i realized i dropped my cigarette case when i turned about i seen two fine gun hands being snacked on by lizards no cigarette case is worth my life no matter how badly i need a smoke this was a spacer's choice commemorative case some promo for founding day they did back in i forget the year worth decent bits to collectors she can't hang on to it maybe be better off in someone else's hands du wirst behalten okay well you sure as hell have earned it wouldn't you so holen wir holen wir das noch dann glaube ich zu wissen wo es war ich dachte es wäre einfach nur hier ich mag mich täuschen kann auch einfach auf der karte gucken ich dachte es wäre hier ja genau ja falte taste okay wenn die mit den großen kämpfen sollte ich da vielleicht helfen echt das waren alle aber Haha Äh, viele Nachrichten Und schon überladen Wie gut, dass es hier eine Vending Machine hat Wenn ich aber die habe, dann könnte ich das natürlich auch so an An meine Associates geben, ne? Theoretisch Wenn die Knarren so gut sind Zigarettenpackung? Hab ich die schon gefunden? Hab ich es nicht bemerkt? Ah, wo habe ich sie denn? Muss ja hier irgendwo sein Ah Perfekt Gehen wir die Quest noch ab Und dann war es das für heute Seriously, don't get yourself killed It's a nice cigarette case But it's still just a cigarette case You're shitting me You ain't so bad There are a huge pack of assholes Nah, nah, I love them Probably Probably Okay, cool Ähm Ich denke Das sollte für heute auch akzeptabel sein Ich hoffe, es war wirklich von der Übertragung auch brauchbar Die meiste Zeit Ich werde, wie gesagt, am Dienstag einfach mal ein bisschen Jedi Fallen Order zeigen Zocken, wie auch immer Ähm Ich bin mir aber allerdings noch nicht schlüssig Ob ich von vorne anfange Für den Stream Oder ob ich einfach da weitermache, wo ich bin Das schauen wir dann am Dienstag Ansonsten, Donnerstag Ist mein Plan nochmal Death Stranding zu streamen Ähm Auch nur Laufburschen Sachen Nicht mit dem Plan Irgendwie Story zu machen Aber mal schauen Das ist Die Story überrumpelt einen Ja, eventuell dann einfach Ich bin auf jeden Fall dankbar für alle Die zugeschaut haben So ein bisschen Beteiligung im Chat Ist mir immer sehr viel wert Weil ansonsten Hocke ich da Und rede mit mir selbst Oder Oder mit dem Bildschirm Deshalb fände ich es immer cool Wenn Leute Hallo sagen Und ein bisschen was sagen Schreiben Ähm Weiß ich sehr zu schätzen Ähm Ja Ich würde sagen Ich wünsche euch Einen schönen Sonntagabend noch Restsonntagabend Wie auch immer Ähm Ist Dienstag, ne? Ciao